Hier kann man auch die Baustelle dann aufmachen. Uiuiui, okay. Aber ich glaube, wir haben es erst mal. Ich glaube, wir haben es erst mal. Die steht, die hat auch alles. Dann mache ich die Baustelle auf. Dann mache ich zu. Die sind fertig. Das ist auch fertig. Dann kommt das weg. Okay. Spitzhacken haben wir genug. Okay, dann plane ich jetzt mal ein großes Wohnhaus hier hin. Okay, scheint sich erstmal ruhig zu haben, das habe ich eingestellt, okay, ein Brett fehlt. So, du kannst mal hier oben suchen, ne du nicht, aber du kannst mal hier suchen. Und hier ist noch ein wunderbar Eisen. Okay, dann brauche ich als nächstes die Kaserne. Da müsste doch ein Farmer, ja, er kommt. Stein haben wir überall ausreichend liegen, Holz haben wir auch ganz gut. Sollte eigentlich das Wohnhaus relativ schnell errichtet werden können. So, du kannst mal noch ein Stück weiter laufen, auch mal noch ein Stück laufen. Nicht großes Gebirge. Und hier ist wahrscheinlich diese Enge, wie es aussieht. Ist ja wirklich so, wenn wir uns da hinsetzen und die Piraten gar nicht da runter ans Gebirge kommen, ist natürlich schon cool. Kohle. Ja, das haben wir alles gemacht. So, jetzt sind wir doch hier erstmal ganz gut ausgestattet. So, dann werden wir jetzt innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten dann unsere Nahrungsproduktion aufbauen. Ich muss mal gucken, ich würde hier noch ein Forsthaus dann mit reinbauen. Aber erstmal bauen wir jetzt das Wohnhaus. Na? Schon wieder versucht hier zu gestalten. Uh, was ist denn hier passiert? Jetzt. Nö. Traut er sich jetzt nicht, oder was? Auf jeden Fall noch bei uns die Kaserne. Das ist bei dir kaputt. Jetzt. Jetzt. Okay, naja, wir sind gewappnet. Ich habe keine weiteren Türme noch, oder? Die irgendwo gefährdet sind. Gold. Ja, das habe ich doch aber zurückerobert. Mein Holzfäller? Was macht der denn da oben? Oh, du kommst auch überhaupt nicht klar mit deinem Leben, oder? Wo sind sie denn jetzt? Sind sie wieder abgehauen? Oh, die haben sich jetzt da hingestellt. Ja, schön. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. So, ob er es jetzt schafft? Ja, meine Güte. Was für eine schwierige Geburt. Jetzt hat er sich hier oben ausgebreitet. Gut, dann bräuchte er jetzt einen Wachturm und werde ihn voll besetzen. Dann bräuchte er wahrscheinlich vorher mal die hier beseitigen. Gut, dann bräuchte er einfach kurz. Noch sieben. Fünf und fünf. Den können wir eigentlich mal voll besetzen. Dann reise ich vielleicht die Burg sogar ab. Mal gucken. Das ist echt gut. Hier ist noch Kohle. Der hat eine 92er-Quote, eine 60er. 34, okay. Ich könnte auch schnell mal hier die vier Steine drüber tragen, oder? Na, das ist gleich fertig. Dann haben wir hier ein paar Leute. So, jetzt. Ne, fehlt ein Stein. Wenn wir uns wahrscheinlich in die Richtung noch ein bisschen austrängen und dann hier irgendwie ein Turm hinbauen. Ich mach das mal vorsichtig. So, jetzt. Ja, komm. Sie kommen. Nee, kann ich noch nicht abreißen. Sonst verdirre ich noch. Ach, lass doch den Geologen da. Ja, komm. Okay. Jetzt geht das hier los. Jetzt habe ich hier auch ein paar neue Siedler. Wo ich hier ein Tempel hin. Kann ich das mal noch auf manuell stellen. Kann ich das hier abreißen. Den mit da hoch schicken. Jetzt kommen die blauen. Okay. Nein. Ihr bleibt hier. Hopp, 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 hopp. Wir bleiben auf unserem Land. Oh, jetzt könnte er. Okay, ich mach das mal nicht auf manuell. Ups. Okay, ich mach das mal nicht auf manuell. Okay, den werden wir jetzt mal besetzen. Ui, meine Güter. Okay, Getreide kommt langsam. Die haben Wasserwerk auf. Und dann Schweinefarm. So, zwei Bäckereien. Okay, auf geht's. Das reißen wir mal ab wieder ganz schnell. So, nee, du bleibst immer hier. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay, der ist dann fast aufgebaut. Die Frage, baue ich jetzt einfach. Ja, wir bauen erst mal einen kleinen noch. Okay. Okay. Ui, 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 ui. Okay, dann braucht er eine Goldschmelze noch irgendwie. Erst mal nicht so wichtig. Erst mal der Rest. So, mit Tempel kommen wir schon mal 80%. Das soll dann relativ schnell zügig gehen, weil der hat schon die ersten Rainflaschen. Wenn der dann fertig ist, soll uns schnell die ersten besseren Soldaten gönnen. Das dauert alles noch ein bisschen. Und hier gibt's dann echt noch schöne Stellen, ne? Keine Bäume mehr. Na ja, ne? Das ist ja alles relativ. Außerdem sind da noch Bäume. So, das mal mehr hier so. Könnte dann... Na, wir lassen das jetzt erst mal fertig machen. Keine Steine mehr. Ja, ja, ist jetzt halt ein bisschen blöd, ne? Bleib mal hier. Ganz locker, Leute. Easy peasy. Priesterchen, hallo. Oh. Ah, ja, 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 das dauert noch. Na, ist kein Baumaterial, ha? Doch, da kommt's. Ah, das dauert ja. Ah, wo kann ich denn hin ausweichen, ha? Mein Stein. Irgendwie ein bisschen blöd. Müsste ich jetzt halt irgendwie diesen Turm hier einnehmen. Hm. Das glaub ich nicht so gut. Da, ist ein bisschen. Da, ist ja, ja. Da, ist ja. Da, ist ja... Ich bin doch... immer noch so viele steine sieht irgendwie ein bisschen dürftig aus ich blöd ich brauche die steine ja glück gehabt jetzt gerade meine güte jetzt kommen da ja schon wieder welche ja genau das habe ich nicht befürchtet den reißen wir ab und dann bauen wir hier da können sogar noch größer so könnt ihr euch jetzt abschminken wieso gibt es denn hier so wenig steine ist doch kacke steine macht sie ja ich will echt nur den noch so ein schwertkämpfer das besetzen dann 3 keine bäume mehr jetzt kommen die schon wieder hier wo wollten wir hin wird ja immer noch was so noch zwei steine was wollt ihr denn nur stellt euch jetzt wieder hier hin oder was das so 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 so